Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arena of Vela. Ja, ich glaub, wie ein Tertöje ist. Ich hab gerade eben ein bisschen was im Tertöje gemacht, also nichts besonderes gerade. Ich hab sie jetzt erstmal umgestellt, ein bisschen leiser und so. Und das hier halt ein bisschen, naja, damit ich von der Musik nicht so getriggert werde, weil sie so laut ist. Aber die haben Batman, oh mein Gott, ich muss es euch zeigen. Okay, erstmal, erstmal, ich will den haben. Er ist ein Boxer. Ich liebe Boxen. Äh, falls das noch nicht, Natalia. Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die haben sogar Lubu von der Dynasty Warrior Series, oh mein Gott. Ähm, wo ist er? Batman, come on. Natürlich kannst du ihn nur mit Echtgeld kaufen, was sehr traurig ist, aber... Fuck me! Es ist fucking Batman. Wisst ihr, was ich meine? Es ist... Es ist mir fair die Worte. Es ist Batman. Standard PvP. Ja, ja, machen wir. Scharmützel. Es gibt sogar Street... Oh, wie geil! Ich glaube, ich bin hier gerade aufgehoben und glücklich. So, ähm... Haha, sexy. Ich wette, das ist sie nicht wirklich. Vergiss nicht, deinen Tagesbonus einzulösen. Ich hab ihn aber vergessen. Yes, Baby. Will das Talent hinrichten. Okay. Yeah, Baby. Ich geh da jetzt... Rocky Balboa Style rein, Alter. Nicht genug Krieger, Junge. Ich bin... Ja, das können wir uns noch ein paar Mal sagen. Ich bin ein Assassine. Oh, yeah. Ich weiß gar nicht. Überladung. Aufwärtshaken. Kampfgeist. Hm. Ich weiß nicht, was uns erwarten wird. Ah, mir gefällt es, ne? So, erstmal der tolle Ladescreen. Natürlich ist das jetzt auch wieder ein Full Gameplay. Mal gucken, was die Gegner drauf haben. Höchstwahrscheinlich ganz viel. Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Ich steh auf sowas. Ich steh auf solche Handygames. Ach ja, damit ihr es wisst. Ich werd jetzt auch öfter mal Handygames. Ich mach, glaube ich, ne extra Playlist. Wo ich einfach Handygames austeste. Und höre, was er dazu sagt und so. Ich will nicht shitten. Get ready. Er wollte mich schon wieder... Er wollte mich schon wieder in dem... Ich bin Boxer. Aufwärtshaken, an welchen ihn den Gegner in die Luft steuert. Nach der Landung kann Rass sofort einen Auswahlschritt ausführen. Überladung. Nimm den Aufwärtshaken. It's all about footwork. Bam. Alter. Muss ich aber richtig aufpassen. Eui, eui, eui. Ja, komm doch her. Bam. Komm her, Junge. Oh Gott. Oh nein, 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 nein. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Yeah, yeah. Mmh, mmh. I'm the best there is. Erhol dir. Yeah. Mmh, mmh. Das gefällt mir hier richtig. Komm her. Aber, dass er sich da so nach vorne bewegt, ist ein bisschen doof in meinen Augen. Aber hey. Was soll man machen? Wo? Just Bob and Weave. Yes, baby. Was macht das denn nochmal? Ah, das find ich grad nicht so schön. Wir können noch gewinnen. Wo ist denn der Kerl? Äh, kann ich, kann ich, kann ich irgendwie pingen? Hm. Wo ist denn, bitteschön? Ja, kommt der. Er ist Jungle. Super Idee, dass du junglst. Und was machst du in der Mitte? Fuck off. Egal, egal. Egal, egal. Typisch solche Leute. Komm her, Baby. Ah ja? Du sagst, ich wüsste nicht, wie das geht? Bam. Was denken die sich hier? Bam. Ich bin ein Boxer. Yeah. TJ Styles. Aus Killer Instinct. Ja, mir musst du das nicht sagen. Oh Gott, ich muss in der Mitte. Egal, egal. Ich hole ihn mir. Hey, Baby. Wie geht's dir, mein Süßer? Oh ja? Komm her. Boom. Oh yeah. Komm doch her, Kleine. Oh Gott, ich hab voll daneben. Egal. Bam. Junge, der ist richtig geil, dieser Schelm. Hm. Junge, das mag ich. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Habt ihr nicht gesehen. Achtung. Achtung. Was, 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 was blinkt hier wie die Verrückten? Bam. Junge. Vorbei. Vorbei. Niemand kann hier TJ Styles umbringen, Alter. Geile Ulti. Ach ja? Komm mal her, Kleine. Bam. Ich bin Bruce Lee. Ich komm nicht, ich komm jetzt mir einen holen hier. Yeah, TJ Styles. Back in the game. Uuuhuuhu. Baby. Ihr solltet echt aufpassen, wo ihr euch wegportet. Oh yeah. Komm her. Du willst ernsthaft meinen Jungen hier? Hä? Das wäre was besonderes hier. Sir. Du bist nicht mal mehr wert, als ich die Ulti zünde. Oh nein. Oh Gott. Das war die falsche Richtung. TJ Styles. Bam. Also du musst bei seinem dritten Attacke richtig aufpassen. Er kann sich richtig schlecht positionieren. Oder gut. Je nachdem. Keine Sorge. Ich komm da jetzt runter und hol mir die. Wer soll mich aufhalten, Junge? Ich habe die Faust. Faust ist mit mir. Bob and Weave. Bob and Weave, Baby. Hallo, ne. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Oh ja. Keine Sorge. Der Sinn der Sache. Das ist Brenn, mein Junge. Komm her. TJ Styles. Beat'em. Beat'em. Oh, sorry. Sorry für diese ganzen Special Effects, aber fuck me. Es gefällt mir. Oh. Da sind Opfer. 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 Ich komme, um euch zu holen. Oh nein. Das tut mir jetzt aber leid. Ich wollte euch doch nur, ich wollte euch nur die Hand schütteln. Aber die sind einfach gestorben. Oh yeah. TJ Styles. Bam. Komm her. Baby. Bin dein schlimmster Albtraumdrache. Bam. Bam. Was wollte der denn hier? Ho, 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 ho. Oh, da unten ist ein Opfer. Ich nenne die schon nicht mal mehr Gegner. Ich bin ein böser Mensch. Bam. Oh, und den habe ich mir auch noch geholt. Baby, ich bin der Beste. Das war, das war nur Zufall. Aber psch, 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 muss niemand wissen, okay? Bleibt unter uns, okay? Oh. Das war die falsche Richtung. Ja, holen wir uns den jetzt auch noch. Bang, bang. Den Shirt muss ich mir holen. Ah, ha, ha. Oh, wie sweet. Sweet, sweet, wirklich sweet. Na, ich drücke immer hier raus. Bam. Was? Wie das denn? Ah. Komm her. Ich weiß gerade nicht, was los ist. Äh, mein Charakter sagt einfach mal gerade, like me. Ich kann nicht mehr nach... Geht doch. Och, ich konnte mich nicht... Ich konnte mich einfach nicht weggehen hier. Och, bist du aber ein harter Junge hier gerade. Alter. Oh, ja, schaffen sie es, schaffen sie es. Ja. Nice. Endlich. Tipp, um die Karte größer zu machen. Ja, das ist mir vollkommen schnuppe. So, Magie. Was gibt es denn hier noch Schönes? Zweihänder. Bewegung, ich brauche kein Mana. Abklingzeit, Abklingzeit, Apokalypse. Einzigart, nach dem Einsatz einer Fähigkeit fügt der nächste noch... Oh, yes, yes, yes. Das klingt gut. Schwebende Aura. Okay. Ah, nice, nice. Ready for round two? Trust me, bin ich. Denk dir ernsthaft, ich habe eine Chance gegen mich, Alter. So, all die Probleme sind weg. Jetzt holen wir uns hier erstmal den hier. Ah, von falsche Richtung. Egal. Habt ihr nicht gesehen, habt ihr nicht gesehen. Bam. TJ Styles, klärt. Jetzt holen wir uns, holen wir uns den HP-Regeneration da oben an der Ecke. Bam. Junge, macht das Schaden. Bam. So. Yeah, Bob and Wee. Mein Tower has been destroyed? Okay, da unten geht es ja richtig ab, was? Was, du lebst ja immer noch. Hey, ich wollte nur mal meine Rache holen, okay? Weil, du hattest mich ja eben mitgetötet. Es ist ja nicht gemein gewesen, dass ihr das getan habt. Mann. Geh weg, Junge. Tuh. Wacky, wacky, was ist denn da unten los? Ich glaube, die brauchen mal eine Disziplin-Nahverfahren hier. Ja. Niemand ist hier ungestrafft in meinem Jungle. Boom. It's all about Footworks. Habe ich das jetzt schon? Cool. Äh. Gibt es hier nicht irgendwas, wo ich, wo ich, äh. Okay. Ich gucke gerade, ob es hier irgendwas gibt, was, äh, was mir so, wie soll ich sagen. Ähm. Äh, vampirische hier Lifestyle gibt. Wenn ich Fähigkeit nahe. Yes. Oh, mein Junge. Oh, da tut mir jetzt aber richtig leid. Ich weiß ja nicht, was ich ja vorhatte, ne? Ein Ally has benefited. Das gibt ja hier nichts, Mensch. Was macht ihr denn? Ich gehe voll in die falsche Richtung, okay? Oha, oha. Junge. Poppe, wuiv. Oh, yes. Just poppe, wuiv, my friend. Just poppe, wuiv. Endlich kriege ich was, ein bisschen HP wieder. Oh. Ultimativ. Ja, komm doch her. Bam. Oh, nein. Komm sofort zurück. Oh, nein. Wie schlimm. Nein. Falsche Richtung. I am the sham. Oh, yeah. Das haben wir ja auch vorbestellt. Was gab's denn jetzt noch die Qual, ne? Nehmen wir das auch noch. Das klingt echt cool. Double kill. Bam, wir holen uns erst mal ein bisschen Geld hier. An enemy has been defeated. Die räumt alleine auf, das finde ich schnurren, ne? Ich will auch teilhaben. Wegen mir wollen sicherlich die Leute gar nicht mehr zocken, alter. Poppe, wuiv. Knockout, yes. Ich bin, das ist natürlich aber auch hier lowest level, ne? Wo ich hier grad spiele. Das ist auch keine Herausforderung, wirklich. Yes. Ich hab ihn noch gekriegt. Oh, nein. Nice, nice, nice try. Bam. An ally has been defeated? Oh, man. Ich wollt grad da so richtig mit Uli rein und so. Bam. Ach, Mensch. Aber es, es, es gefällt mir. Es gefällt mir sehr. Yeah. Level 5. Ja, bestrafen. Was macht das eigentlich? Belohnungen für Anfänger sind immer gleich. Ach, ich darf nur 500 Gold erhalten. Oh, ich bin eine Legende. Glückwunsch. Meine zweite Legende. Triple Kill. MVP. Ach, das, das gibt's jetzt auch noch. Achievements. Mensch, 17,2. Seht ihr mal den Unterschied grad? Details. So. Alter, da kommt ja keiner an mich dran, was ich hier getan hab. Aber ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, meine Freundin in den LP. Sagt der Langweiler, die. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, meine Freundin in den LP. Bis zum nächsten Mal, meine Freundin in den LP. Bis zum nächsten Mal, meine Freundin in den LP. Bis zum nächsten Mal, meine Freundin in den LP. Bis zum nächsten Mal, meine Freundin in den LP. Bis zum nächsten Mal, meine Freundin in den LP. Bis zum nächsten Mal, meine Freundin in den LP. Bis zum nächsten Mal, meine Freundin in den LP. Bis zum nächsten Mal, meine Freundin in den LP. Bis zum nächsten Mal, meine Freundin in den LP. Bis zum nächsten Mal.